Wir machen unseren Ischias fit, kommen gleich mal hier so in den Kniestand mit gestreckten, lockeren Füßen, Hüfte leicht gebeugt, Bauchbeckenboden eingezogen, die Schultern nach hinten unten kreisen und stützen uns dann mit den Händen unter der Schulter auf und beginnen als erstes einmal den Rücken rund zu machen. Und lassen locker. Wir gehen gar nicht zu sehr ins Hohlkreuz, wir konzentrieren uns auf das Rundmachen und lassen locker. Das heißt, der untere Rücken, da stellen wir uns immer vor, hier macht einen Buckel und lassen wieder locker. Alles, was wir jetzt spüren, ist der Dehnreiz im unteren Rücken oder Ischias-Bereich. Ischias kann ja ausstrahlen bis zum Fuß runter. Und die richtige Position ist immer, dass wir den unteren Rücken herausschieben, als wollten wir mit dem unteren Rücken einen Buckel machen. Und mit der Einatmung einfach ein bisschen locker lassen. Mit der Ausatmung durch den schmalen Mund ziehen wir den Bauchnabel zur Wirbelsäule, den Brustkorb flach, den Beckenboden nach oben innen und mit der Einatmung lassen wir locker. Wir lassen die Arme gestreckt und nehmen im Wechsel einmal das rechte und einmal das linke Knie Richtung Nasenspitze. Immer nur so üben, dass sich alles gut anfühlt. Das Tempo bestimmst du selbst. Dann schieben wir uns mit dem Gesäß zu den Fersen und kommen wieder etwas nach vorn bis zum rechten Winkel. Immer schön sachte langsam die Bewegung, dass wir spüren, wie jeder einzelne kleine Muskel arbeitet. In der hinteren Position gehen wir ein wenig zur rechten Seite herüber und ein wenig zur linken Seite herüber. Den Blick lassen wir unterm Arm nach hinten durchgehen, sodass der Nacken schön gestreckt und locker ist. Und wir spüren hier natürlich auch die Knie gegebenenfalls ein bisschen. Das heißt, wir richten uns immer nach dem schwächsten Punkt unseres Körpers und schauen, dass es mit jeder Bewegung ein bisschen geschmeidiger wird. Wir haben die seitliche Muskulatur hier, also mit dem Gesäß schieben wir schräg herüber, immer nach hinten schräg herüber, so weit wie es sich gut anfühlt. Dafür brauchen wir natürlich auch hier die Spannung wieder im Bauch, Beckenboden und Gesäß. Wir spüren, dass der Beckenboden automatisch mitarbeiten muss. Kommen wieder nach vorn, nehmen ein Bein in die Mitte der Matte. Da stützen wir das Knie auf oder ich sag mal, nimm mal das rechte Knie. Das ist von der Orientierung, von der Ansage her hier besser verständlich ist, das rechte Knie vorn in die Mitte der Matte. Das linke Bein einmal so nach hinten kurz ein bisschen gestreckt und abgestützt. Dann nimmst du den rechten Fuß etwas nach links herüber, setzt das Knie wieder ab. Das heißt, der Fuß ist jetzt hier schon außerhalb, kommst in den Unterarm, stützt, den Kopf lässt du locker hängen und das linke Bein lassen wir langsam gestreckt immer weiter hinterwandern. Das linke Bein ist also gestreckt und locker abgelegt. Das rechte Knie haben wir vorn und lassen den Brustkorb Richtung rechtes Knie sinken. Das heißt, wir haben das rechte vordere Bein gebeugt. Der Winkel im Knie ist ungefähr so, als wenn wir ein großes A schreiben. Und als allerwichtigstes lassen wir hier Kopf und Oberkörper ganz entspannt, damit der Nacken entspannt ist. Und wenn der Nacken entspannt ist, dann kann auch der Rest des Körpers besser in die Entspannung kommen. Mit leichten Bewegungen in alle Richtungen, so wie wir es spüren, so wie es möglich ist, lassen wir uns immer tiefer senken. Das heißt, das gebeugte Bein sorgt jetzt dafür, dass du im Gesäßbereich, im Ischersbereich, seitlich im Gesäß, die hauptsächliche Dehnung hast. Wir lassen uns mit jeder Ausatmung tiefer nach unten sinken, das linke Bein locker nach hinten gestreckt und beim rechten Bein haben wir die Ischersdehnung im Gesäß. Wenn es schon möglich ist, von der Beweglichkeit her, kannst du komplett geschmeidig den Oberkörper nach unten auf das Knie sinken lassen, dass du dich also mit Bauch- und Brustkorb dir ablegst. Immer versuchst du mit jeder Ausatmung ein bisschen lockerer zu lassen. Tiefdurchatmung. Dehnung ist etwas, was wir zulassen, etwas sein lassen, also nicht mit Kraft und das muss jetzt hineingehen, sondern immer spüren, okay, was geht hier, wie fühlt es sich an, wenn ich ein bisschen hin und her bewege, wie kann ich noch geschmeidiger und entspannter loslassen und wir spüren mit der Zeitdauer, wo wir uns herein sinken lassen, wie sich auch die Orte der Dehnung etwas verändern oder das Gefühl. Mit der nächsten Ausatmung ziehen wir Bauch- und Beckenboden ein, stützen uns auf Schulterhöhe rechts und links am Mattenrand ab, um uns nach oben zu schieben, kommen erst einmal zurück in die Bankstellung, wollen im Wechsel rechts und links das Bein nach hinten strecken und locker ausschütteln, und im Wechsel einmal rechtes, einmal linkes Bein nach hinten strecken, locker schütteln. Dann nehmen wir das linke Knie in der Mitte der Matte nach vorn, stützen das rechte Bein einmal gestreckt nach hinten ab, damit wir den linken Fuß jetzt nach rechts herüber positionieren können, setzen das Knie wieder ab und lassen uns jetzt wieder in den Unterarmstütz sinken. Das rechte Bein schiebt langsam nach hinten in die Streckung und der Brustkorb geht Richtung linkes Knie. Achte wieder darauf, dass hier jetzt schon Kopf, Schulter, Gürtel, Nacken, Brustkorb locker sein kann. Leichte, geschmeidige Bewegungen zur rechten und linken Seite, damit wir auch immer die umliegenden Muskelbereiche mit spüren, damit wir besser spüren können, wo zieht es, wie zieht es, wie verändert sich der Dehnreiz. Also alles, was wir jetzt spüren, ist der Dehnreiz im Muskulatur und Bindegewebe. Und Ischias-Beschwerden entstehen einfach nur dadurch, dass der Muskel auf den Ischias-Nerv drückt, weil der Muskel verspannt ist. Das heißt, kann man schnell durch eine falsche Bewegung, dass eine falsche Spannung aufgetreten ist oder eine Überlastung, eine Einseitigkeit, wie auch immer. Es steckt natürlich auch immer eine Botschaft in unseren Beschwerden. Aber wir haben hier die Möglichkeit, mit dieser Ischias-Dehnung wirklich, das ist die gezielteste Variante, wie wir da rankommen. Und wenn es bei dir so ist, dass du öfters mal mit den Ischias-Beschwerden hast, dann lohnt es sich natürlich auch vorbeugend, in regelmäßigen Abständen diese Dehnung zu machen. Dann kommen die Ischias-Beschwerden erst gar nicht wieder. Lassen uns also hier jetzt auch wieder komplett locker nach unten sinken. Wir nehmen uns für die Dehnung immer Zeit, weil in der ersten Minute gibt es so eine natürliche Funktion, dass der Körper noch etwas festhält. Das ist eine Sicherheitsfunktion. Wir spüren den Dehnreiz. Der Körper sagt, willst du das wirklich? Und nach dieser ersten Minute, wenn wir also ganz geschmeidig, locker, entspannt rangegangen sind, dann verändert sich die Dehnung langsam. Das heißt, wir spüren natürlich immer den Dehnreiz. Wir spüren aber, dass er sich verändert, dass wir besser auch den Ort der Dehnung wahrnehmen können, die Unterschiede, die umliegenden Bereiche. Und so eben nicht pauschal einfach nur den Dehnreiz spüren, den wir als unangenehm wahrnehmen, sondern besser kennenlernen, wo genau und wie genau und was ist da in unserem Körper, von wo nach wo zieht es. Es ist immer auch ganz interessant zu spüren, was hängt denn da alles miteinander zusammen. Wir lassen uns noch ein bisschen reinsinken hier. Immer mit leichten Bewegungen spüren, ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links. Wenn es zu intensiv sein sollte, schiebst du dich einfach auch wieder ein bisschen nach oben. Immer nur so machen, wie es gut auszuhalten ist. Das heißt, wir spüren den Dehnreiz, aber es sollte einigermaßen erträglich bleiben. Wenn möglich, lass dich mit der letzten Ausatmung jetzt nochmal richtig schön reinsinken. Die linke Seite steht für unsere Innenwelt, unsere Gefühle. Die rechte Seite steht für die Außenwelt, die Wahrnehmung der Außenwelt. So können wir also auch ein bisschen reinschauen, wie könnten die Ischersbeschwerden entstanden sein. Wo ist der Konflikt dazu? Und mit der nächsten Ausatmung stützen wir uns dann wieder mit den flachen Händen auf Schulterhöhe, rechts und links am Attenwand ab, um uns nach oben zu schieben. Und wieder in die Bankstellung zu wechseln. Locker im Wechsel das rechte und das linke Bein einmal nach hinten ausschütteln. Und als nächstes wollen wir die Rückenlage wechseln. Das heißt, über die Seite können wir uns abstützen. Wenn wir in die Rückenlage gehen, nehmen wir auch gleich ein Knie dicht zu uns heran. Das heißt, du kannst das Knie auch umfassend festhalten und dich nach hinten abrollen lassen. Wir nehmen die Knie gleich dicht zu uns heran, umfassen die Knie, wir falten die Hände, möglichst die gefalteten Hände um die Knie herum und lassen die Beine erstmal angewinkelt dicht am Bauch entlang kreisen. Da kann der Dehnreiz zu spüren sein in der Leiste, in der Hüfte, im unteren Rücken. Das Kinn ist zur Brust gezogen, der Nacken lang, die Schultern locker und weg von den Ohren. Achte ganz besonders darauf, dass du nicht, weil die Arme vorn sind, auch die Schultern nach vorne nehmen musst, sondern die Schultern ziehst du weg von den Ohren Richtung Boden und ziehst die Knie heran. Die Kraft kommt aus dem Rücken, über die Schulterrückseite auf die Arme übertragen, sodass wir also hier eine Kräftigung schon auch für die Mitte des Rückens haben, wo es die Schulterblätter nach hinten unten in der Mitte des Rückens zieht. Und du hast jetzt hier durch die Rotation im unteren Rücken einen kleinen Massage-Effekt, Lockerung. Je tiefer und weiter du zur Seite kommst, kann sich auch der Ischers-Bereich hier schon ein bisschen bemerkbar machen. Und wir kreisen nochmal entgegengesetzt. Immer schön über die Seite dicht heranziehen, die Knie dicht am Bauch entlang führen. Und dadurch wird der Hüftbeuger mobilisiert. Der Oberkörper bleibt locker und gestreckt, Kinn zur Pust, Nacken lang und zur Mitte zurück. Das rechte Knie lassen wir bei uns. Wir können die gefalteten Hände beibehalten. Du kannst aber auch mal die Fingerposition wechseln. Also wenn du jetzt hier mit dem rechts den ersten Finger oben hast, machst du mal links den ersten Finger oben oder umgekehrt. Einmal wechseln. Rechtes Bein lassen wir heran. Das linke Bein strecken wir ganz lang heraus. Und ziehen nochmal das rechte Bein hier. Angewinkelt in einer Kreisbewegung dicht am Bauch entlang. Richtung suchst du dir erstmal aus. Das Knie kreist über die Seite dicht am Bauch zur anderen Seite herüber. Und achte auch einmal auf das gestreckte Bein. Das ziehen wir ganz lang aus der Hüfte heraus. Also stell dir vor, von der Taille bis zu den Zehenspitzen bis zur Ferse machst du dich ganz lang. Und kreist nochmal entgegengesetzt. Und kannst hier in der Leiste vielleicht so ein Suppe entspüren immer. So beim seitlich rüberkreisen, dass es sich vielleicht auch wie blockiert anfühlt. Das ist der verspannte Hüftbeuger, der also da auch den Ischias-Bereich beeinträchtigt. Und wenn wir jetzt wechseln, nehmen wir als erstes das gestreckte Bein zu uns heran. Umfassen das Knie und strecken das andere Bein. Dann wieder das Kreisen und das gestreckte Bein ganz lang ziehen. So als wenn du morgens aufstehst und dich mal so reckst und streckst, schiebst du das Bein ganz lang aus der Hüfte heraus. Kreist hier auch nochmal entgegengesetzt. Und da, wo du vielleicht wieder diese Blockade spürst, hier beim Dicht am Bauch entlangführen, nimm wahr, wie es mit jeder Bewegung ein bisschen geschmeidiger wird. Am Anfang fühlt es sich vielleicht so an, als würde es gar nicht gehen. Und dann spüren wir, ah, das war ja doch nur eine Verspannung, die da drin saß. Wir nehmen wieder beide Knie zu uns heran, drehen uns auf die Seite, schieben uns in den Unterarmstütz. Hier haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir positionieren uns erst einmal so, dass wir hier die Hand vorne locker am Knie haben. Wichtig, dass der Schultergürtel, die Schultern locker sind. Wir wollen jetzt unser Gesäß mobilisieren. Das heißt, wir liegen erst einmal auf dieser einen Gesäßhälfte hier. Im Unterarmstütz lassen wir uns locker reinsenken, dass der Mäcken ganz entspannt ist. Und gehen mit den Knien ein wenig tief und wieder hoch. Das ist nur so ein Winkel. Es kommt uns jetzt auch das Gesäß drauf an. Das heißt, du spürst jetzt den Gesäßmuskel, den Popo, die eine Seite. Drehst so ein bisschen nach innen und außen und vielleicht bist du da schon am Ischersbereich dran. Dann variieren wir das. Wir schieben uns ein bisschen hoch und tief hier. Es geht immer um den Gesäßmuskel. Den wollen wir massieren. Auch dadurch, dass wir drauf sitzen und unser Körpergewicht einfach folgen lassen. Und wenn wir das jetzt noch intensivieren wollen, dann ziehen wir mit der Ausatmung Bauchbeckenboden ein, lösen die Füße und kreisen hier mit den Knien, dass wir auf unserem Gesäß kreisen. Nicht zu tief zur Seite, sonst bist du auf dem Knochen und auch nicht zu weit zur Mitte, sonst bist du auf dem Steißbein, sondern hier so dazwischen. Der eine Arm ist im Unterarmstütz, kann dich ein bisschen höher und ein bisschen tiefer schieben. Du kannst auch verschiedene Bewegungen machen und mal spüren, wo steht es am meisten, wo sitzen die Verspannungen. Und der freie Arm, der kann die Beine halten, der kann hinten abstützen oder auch den Kopf unterstützen, falls dir das jetzt im Nacken anstrengend wird. Dann wechseln wir zum anderen Gesäßbereich, andere Gesäßhälfte, wieder den Unterarmstütz. Erstmal Füße auf dem Boden lassen, ganz entspannt, nur so ein bisschen auf der anderen Gesäßhälfte. Tief und wieder hoch, die Knie nur so ein bisschen auf und ab bewegen und spüre das Gesäß. Spüre, ist das verspannt, spürst du da den Gehenreiz, fühlt sich das an. Das heißt, wir denken, unser Po ist zu locker, er könnte knackiger sein. Aber leider Gottes ist er trotzdem verspannt, das ist das, was wir spüren. Und deswegen ist es natürlich auch in Kombination wichtig und sinnvoll, die Gesäßmuskulatur auch wieder zu trainieren. Und wenn wir die Muskulatur gelockert haben, dann lässt sie sich auch wieder besser trainieren. Und für den täglichen Einsatz natürlich steht unser Gesäßmuskel dann wieder zur Verfügung. Also wir schieben uns hoch und tief hier. Ich gucke immer, welche Bewegung kann ich machen, dass ich da an den Gesäßmuskel da hinkomme, wo ich merke, es ist ein bisschen intensiver, aber es lässt sich noch aushalten. Und gegebenenfalls auch hier wieder die Knie lösen mit einem Kreisen nach innen, außen, hoch, tief. Probier, probier, wie es möglich ist. Mit der nächsten Ausatmung kommen wir einmal zum Sitzen. Wir schlagen die Füße locker übereinander, stützen uns ab. Auf der Kussaußenkante sind wir aufgesetzt und lösen im Wechsel rechts und links die Knie nach außen gezogen, unser Gesäß vom Boden. Das heißt, wir schieben ganz sowas, die Knie nach außen Richtung Boden und schieben die Hüfte nach oben in die Streckung. Lassen wir uns dabei locker aufgestützt. Versuch noch mal hier die Position zu halten, ein bisschen hoch und tief zu strecken, zu mobilisieren. Wir haben Dehnung, Unkräftigung, Mobilisation, alles mit dabei. Du setzt dich wieder ab und streckst und grätscht die Beine. Halt dich gern erstmal hier an der Beininnenseite fest. Und mit der Ausatmung streckst du immer den Brustkorb, hältst die Hände an der Beininnenseite. Kinn zur Brust, Nacken lang, Ellenbogen und Schultern ziehen nach hinten. Und gleichzeitig hast du hier natürlich die Kräftigung im Rücken, die Streckung im Brustkorb, die Dehnung in den Beinen. Kannst die Kniekehren so bestreckt wie möglich halten und gern auch schon mal die Zehenspitzen ein bisschen kräftiger heranziehen. Das heißt, als erstes kommt immer die Geschmeidigkeit. Die Oberschenkelinnenseite ist jetzt schon ein bisschen besser in die Dehnung gekommen. Und mit jeder Ausatmung strecken wir die Kniekehren, ziehen die Zehenspitzen heran. Oberkörper gestreckt. Und jetzt halten wir die Spannung im Bauch, Becken, Boden. Das war jetzt einmal die Vorbereitung dafür, dass wir uns jetzt mit dem rechten Arm zum linken Fuß nach drüben ziehen. Wieder zurück und einmal mit der linken Hand zum rechten Fuß nach drüben ziehen. Unser Hauptaugenmerk bei diesem Herübergehen ist wieder, spüre die Dehnung über die Armrückseite, Schulterblatt, Rücken bis in den rechten Bereich hinein. Wo du dann letzten Endes von Oberkörper her Richtung Gesäß dehnst. Bleibe immer ein bisschen länger jetzt in der Position, dass du spüren kannst, dass du mit jeder Ausatmung dich noch ein wenig weiterziehen kannst. Dass du dich so streckst, dass du über den ganzen Rückenarm, hinteren Armansatz bis zur Taille, Hüfte, Gesäß die Dehnung spüren und mit jeder Ausatmung verstärken kannst. Mach jede Seite gleichmäßig gefühlt lange, dass du hältst. Mit jeder Ausatmung ein wenig mehr in die Dehnung kommst. Das heißt, mit der Ausatmung ziehen wir immer Bauch und Beckenboden ein und den Brustkorb flach. Der Rest der Muskulatur, der jetzt also gedehnt werden soll, bleibt locker und die anderen Muskeln, die die Dehnung unterstützen, brauchen die Kraft. Mit der Ausatmung durch den schmalen Mund. Mit der Ausatmung, also die Kniekehlen immer möglichst gestreckt, die Zehenspitzen herangezogen. Mit jeder Seite wollen wir eine mehr machen. Du kannst dir natürlich die Übungen aus dem Video herausmerken, herausziehen, die gut in deinen Alltag passen und wo du gemerkt hast, das ist richtig hilfreich für dich. Und wenn wir jetzt über die Seiten gedehnt haben, dann gehen wir einmal nach vorne. Das heißt, hier kannst du dich auch wieder an den Beinen ein bisschen festhalten. Oder wenn es soweit schon ganz gut geht, dann auch die Arme nach vorne nehmen, langsam mit den Armen immer weiter nach vorne strecken. Und hast einmal die Dehnung ganz im unteren Rücken und in der Beininnenseite. Das sind also diese ganzen Zusammenhänge, die dann auch Richtung Ischias, Richtung Hüfte, Gesäß, unterer Rücken zu Spannungen und Disbalancen führen. Hier also ganz, ganz wichtig mit der Ausatmung immer den Afterschließmuskel nach oben innen ziehen. Immer ein bisschen, ein Zentimeterchen weiter greifen mit den Händen, mit den Fingerspitzen nach vorn, dass du mit jeder Ausatmung die Dehnung ein bisschen mehr verstärkst. Und mit der nächsten Ausatmung rollen wir uns Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf, stützen uns einmal mit den flachen Händen hinten ab und geben die Hüfte. Die Kniekehren ganz gestreckt, auf den Fersen aufgesetzt, schieben wir die Hüfte nach oben und setzen wieder ab. Wir wollen wieder ein bisschen Mobilisation über die Seite in den Gesäßrücken einbekommen. Das heißt, du nimmst das rechte Bein einmal hier über das linke herüber. Hier gibt es jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten. Du schaust, wie weit du kommst, wie weit das geht mit der Dehnung. Zum einen merkst du schon hier, wenn du durch diese Überkreuzposition das Knie zu dir heranziehst, wie du hier wieder in die Dehnung kommst, für die Dehnung suchst. Achte darauf, dass natürlich der Schultergöttel, der Oberkörper aufgerichtet bleibt. Die Kraft kommt immer aus der Mitte des Rückens, zieht Schultern und Schulterblätter nach hinten unten, der Nacken gestreckt, das Kinn zur Brust, den Nacken lang. Wenn das so weit geht, dann hast du die linke Hand am rechten Knie und den rechten Arm stützt du nach hinten ab, um dich hier zu drehen und zu ziehen. Dann kannst du auch mit der Armrückseite das Knie wegnehmen, du streckst dich und drehst dich. Das heißt, der hintere Arm, im hinteren Arm bist du aufgestützt, streckst dich ganz lang und schiebst dich in die Drehung. Der Blick geht über die Schulter nach hinten unten, das rechte Bein ist hier schön weit nach links herüber, kommst wieder zurück. Einmal locker absetzen, bisschen zappeln, das linke Bein rechts hier rüber und erst einmal wieder hier beginnen, dass du das heranziehst, immer mit der Ausatmung auch ein bisschen heranlässt, mit kleinen Bewegungen immer spüren, wo macht sich der Dehnreiz bemerkbar. Geht also jetzt hier wieder über Bein, Außenseite und Gesäß in den Ischers-Bereich hinein. Jede kleine Veränderung merken wir, ja, ist möglich hier. Dann nimmst du die rechte Hand ans linke Knie, stützt dich mit dem linken Arm hinten ab, dass du erst einmal den Oberkörper, den Brustkorb streckst. Dann drehst, immer erst strecken, dann drehen, weil die gestreckte Wirbelsäule, dann erst richtig in die Drehung kommen, ein bisschen vordehnen. Und dann kannst du auch wieder den gestreckten Arm nehmen, um dich abzustützen vom Bein. Dann wieder strecken und drehen. Der Nacken ist lang gestreckt, das Kinn geht Richtung Schlüsselbein, der Blick nach hinten unten, dass der Nacken streckt und dreht. Der Oberkörper kommt in die Rotation und Gesäßbein, Außenseite, Ischers-Bereich in die Dehnung. Du kannst hier dann das Video auch anhalten und jede Seite noch einmal machen. Wir wollen zum Abschluss einmal im Sitzen und hier heranziehen in die Streckung. Das heißt, wir halten uns fest, du kannst die Knie einzeln festhalten und zusammenhalten oder auch mit den gefalteten Händen arbeiten. Dann nimmst du einmal das rechte Bein angewinkelt, ziehst dich nach vorn, einmal das linke Bein angewinkelt, ziehst dich nach vorn. Dann spür auch mal hier den Unterschied. Da ist natürlich nicht nur der Ischers dabei. Da ist gegebenenfalls alles zu spüren. Das Knie, die Hüfte, Bein, Innen, Außenseite. Wechsel hier ein paar Mal, um den Unterschied einfach nochmal zu spüren. Die Seite und einmal die Seite. Wie gut kommst du in die Position rein, wie ist die Beweglichkeit, wie fühlt es sich an, an welcher Stelle merkst du den Reiz, wo zieht was. Das sind also Möglichkeiten, auch wenn wir zum Beispiel Hüft, Knie oder Fußprobleme haben, weil alles miteinander zusammenhängt. Beide Beine können wir dann aufsetzen, so ein bisschen versetzt, wie Windmühlenflügel. Schauen, okay, können wir uns hier schon halten und aufrichten oder stützen wir uns noch ein bisschen ab, können uns hier nach oben schieben. Wechseln. Die Beine, Windmühlenflügel, ein Bein an der Oberschenkel, Innenseite, das andere Bein nach hinten, oben schieben. Wir machen jede Seite noch einmal. Das ist durchaus etwas anspruchsvoller, wenn das gut klappt bei dir, super, wenn noch nicht, gar keine Schwierigkeit. Mach einfach von Zeit zu Zeit diese, ich sag's mal, verbiegen. Ja, verbiege Übungen, so, und das ist nämlich auch die Möglichkeit, wenn du wirklich auch mal am Boden sitzt, hast die Hände voll, dann kannst du so auch aufstehen. Mit der Ausatmung streckst du die Hüfte, nimmst ein Bein nach vorn, setzt hinten die Zehenspitzen auf, wenn du magst, kannst dich nach oben schieben. Ohne Abstützen nach oben kommen, hohe Punktzahl für die Fitness. Das war ein Spezial für deine Nischers. Lass mich gern wissen, ob es dir schon was gebracht hat, sonst gebe ich dir auch gerne noch weitere Tipps. Und ich danke dir fürs Mittorneln. Liebe Grüße!